Ah, am 12. August, 17 Uhr, mit den Freuds zusammen, heißt es Back to School. Ich habe schon meine Schultüte bekommen, hallo, und da kommen Sachen rein, die ihr gewinnen könnt während der Sendung. Also insgesamt 8 Stück, denn jeder von uns packt was rein, 5 Peets, 3 Freuds, und ja, das könnt ihr dann gewinnen. Das ist auch tatsächlich nur eine Schultüte, liebe Freunde, ja. Ja, 18 Jahre ist für mich dann die Schule her, ich bin sehr gespannt, weil ich davon noch behalten habe, wahrscheinlich nicht allzu viel. Aber ich packe, und da ihr meine nicht wollt, denn das passt euch ja vielleicht gar nicht, packe ich euch eine kurze Hose aus dem Peetsmeat Store mit in die Tüte, und die könnt ihr während der Sendung dann gewinnen. Und ja, als nächstes ist dann Olli dran. Ich hoffe, wir sehen uns im Stream. Ich hoffe, wir sehen uns im Stream. Wir sehen uns im Stream.